Hallo und Willkommen zu einem neuen Video auf eurem Kanal meine Freunde und heute geht es das aus dem Norma und zwar die Schwester Pyro, sehr schön mit kleiner Batterie Schauen wir mal kurz auf die N.E.M. Die haben hier oben 164 Gramm Die erkennen, das ist sehr schön Die ganze Zeit, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt Das ist ja die kleine Version zu Dr. Pyro Machen wir die Zünnschnur gleich auf und dann legen wir gleich los Die Kappe noch ab, Leute Natürlich hier schön klassisch gezündet mit einem Bengalo von Blackbox in Weiß Das ist ganz klassisch Klassisch Sieht sehr gut aus Stellen wir gleich hier hin Ich wollte euch sagen Leute Ihr noch viel im Bengalo und es hat euch sehr viel Spaß hier Let's go Schnell noch viel weg Boah, ich runde auf 5 Boah, ich runde auf 5 Boah, Alter Boah Boah Lecker Alter Scheiße Leute, die ist umgekippt glaube ich Was waren da los? Die letzten 2 Schüsse, die sind umgekippt ja Aber Die Schleiter haben ein bisschen umgefallen Aber richtig geiles Teil auf jeden Fall 98 Kappefehlungen Und wie ich sagen Leute, danke fürs Zuschauen Checkt fast, boah habt ihr natürlich auch dabei Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dann, haut rein und tschüss Ich bin ein bisschen Auf Wiedersehen Ich bin ein bisschen